Hallo und herzlich willkommen zu dem dritten Video der iPad Affinity Photo Tutorial Serie, in der wir uns die Filter einmal etwas genauer anschauen werden und wie du mit nur einer kleinen Einstellung noch sehr viel mehr aus den Filtern herausholen kannst. Also bleib dran und viel Spaß! Eine weitere coole Bildbearbeitungsmöglichkeit sind die sogenannten Filter. Mit denen kann man auch nochmal ja einige Effekte auf sein Bild drauflegen, das Bild zum Beispiel scharf zeichnen oder auch Unschärfe in sein Bild hineinfügen. Also auch so ähnlich, wie wir das mit den Anpassungsebenen schon im letzten Video uns angeschaut haben, einfach so ein paar Effekte, die man seinem Bild noch hinzufügen kann. Aber trotzdem funktionieren die Filter etwas anders als die Anpassungsebenen. Bei dem Namen Filter könnte man ja eigentlich annehmen, dass der ja, ich sag mal, so auf dem Bild einfach nur drauf liegt, also wie so ein Filter, den man zum Beispiel vorhin an sein Objektiv dran schraubt und man den auch jederzeit wieder wegnehmen kann, so ähnlich, wie wir das ja auch bei den Anpassungsebenen im letzten Video gemacht haben. Aber das ist halt bei den Filtern ja eigentlich nicht der Fall. Deswegen schauen wir uns einfach mal an, wie diese Filter ja normalerweise funktionieren. Die Filter, die findet man direkt unter den Anpassungsebenen, unter hier diesem Symbol. Da kann ich also auch einfach wieder drauf gehen und dann sieht das jetzt vom Prinzip auch genauso aus, wie wir das auch schon im letzten Video von den Anpassungsebenen gesehen haben. Das heißt, wir haben hier also einfach wieder so eine Liste mit unterschiedlichen Effekten, beziehungsweise ja, Filtern hier drauf. Und bei dir wird das wahrscheinlich auch wieder anders erstmal aussehen. Ich habe das hier bei mir schon umgestellt, also da kann man auch wieder auf diese drei Striche hier oben drauf gehen und wahrscheinlich wird bei dir jetzt erstmal hier diese Ansicht sein, wo man schon so eine kleine Vorschau bekommt. Ist jetzt bei den Filtern auch tatsächlich, finde ich, zumindest schon mal ein bisschen hilfreicher als bei den Anpassungsebenen, weil hier sieht man jetzt auch zum Beispiel hier Bewegungsunschärfe, sieht man direkt, was diese Unschärfefilter hier zum Beispiel für Effekte erstellen. Aber trotzdem finde ich es eigentlich immer ein bisschen angenehmer, wenn man da direkt einen Listenmodus hat, damit man da ja einfach ein bisschen mehr sieht und auch ein bisschen besseren Überblick hat. Also du siehst schon, man hat hier wirklich eine riesige Auswahl und die ist nochmal deutlich größer, als das bei den Anpassungsebenen der Fall war. Und deswegen ist es hier auch auf jeden Fall ganz hilfreich, dass man hier ja so verschiedene Kategorien hat, in die man reingehen kann. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte mein Bild nachschärfen. Ich kann hier also draufgehen auf Scharf zeichnen und dann bekomme ich jetzt nur die Filter angezeigt, mit denen ich scharf zeichnen kann und könnte das natürlich auch hier mit verschiedenen anderen Anpassungen machen. Schauen wir uns also einfach mal kurz an, was man hier so für Möglichkeiten hat. Ich kann also zum Beispiel auf Rauschen hier draufgehen, dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, ja, Bildrauschen zu entfernen oder auch hinzuzufügen, wenn ich das machen möchte. Dann gibt es verschiedene Filter für die Farben auch. Also nicht nur bei den Anpassungsebenen gibt es Farbanpassungen, wie wir das ja im letzten Video gesehen haben, sondern hier auch bei den Filtern nochmal. Hier gibt es zum Beispiel auch so, ja, Autokorrekturen, die man hier anwenden kann bei den Filtern, wo dann die Farbe also automatisch korrigiert wird, aber auch noch so ein paar mehr, wo man nochmal ja manuell Einstellungen vornehmen kann. Schauen wir mal weiter, was es noch für Kategorien gibt. Unschärfen gibt es halt auch noch. Da habe ich also verschiedene Möglichkeiten, ja, künstlich Unschärfe zu meinem Bild hinzuzufügen, werden wir uns auch später mal noch genauer anschauen. Und dann gibt es noch Verzerrungen, benutze ich aber ehrlich gesagt relativ selten, außer vielleicht hier diesen Perspektivfilter, den benutze ich noch relativ häufig, weil man da zum Beispiel, wenn man jetzt ein Gebäude fotografiert hätte, kann man da die Perspektive dann mit korrigieren. Jetzt bei hier dem Bild möchte ich aber, ja, keine Verzerrung korrigieren, weil jetzt hier keine sichtbare Verzerrung vorhanden ist. Aber man kann hier so ansonsten auch, wenn man nicht nur die Perspektive korrigieren möchte, ansonsten auch, wie du siehst, hier so ein paar kreativere Sachen machen, zum Beispiel Kugel oder Strudel, wo man so einen künstlichen Strudel in das Bild hineinfügt. Also einfach so ein paar kreativere Sachen, die ich für die Bildbearbeitung oder Fotobearbeitung, aber ehrlich gesagt relativ selten benutze. Aber ansonsten kann ich hier auch noch mal die Objektivverzerrung herausrechnen. Also das, was wir ja auch schon im Video über die Develop-Persona, beziehungsweise über den Entwickeln-Bereich in Infinity-Foto uns angeschaut haben, da hätten wir das Ganze ja auch schon herausrechnen können oder korrigieren können. Das kann man jetzt auch noch mal nachträglich hier bei den Filtern machen. Okay, das waren jetzt aber auch schon so die wichtigsten Filter oder so ein kurzer Überblick zumindest mal, was es so für Filter gibt, damit du grob weißt, was man da so machen kann. Das Wichtige ist jetzt, bevor wir einen Filter anwenden, dass wir zunächst einmal eine Ebene auswählen, auf die der Filter angewendet werden soll. Denn wie gesagt, die Filter, die funktionieren etwas anders als die Anpassungsebenen. Da wird also nicht ein Filter gleich auf das Ebenenpanel quasi, ja in das Ebenenpanel reingelegt, sondern der Filter wird direkt auf eine Ebene ja angewendet. Das heißt, ich muss dafür auch erst mal eine Ebene auswählen, auf die der Filter dann angewendet werden soll. Das heißt, ich gehe zunächst noch mal hier in das Ebenenpanel rein und dann ist auch schon die richtige Ebene ausgewählt. Wir wollen den Filter natürlich hier auf unser Hauptbild, auf unsere Hintergrund-Ebene hier anwenden, nicht noch mal auf eine Anpassungsebene, das würde ja keinen Sinn machen, sondern auf unsere Pixel-Ebene hier. Die wählen wir also aus, klicken die an und dann kann ich hier wieder in die Filter reingehen und dann kann ich jetzt einen Filter auswählen, ja den ich hier anwenden möchte. Zum Beispiel möchte ich hier jetzt ja so ein bisschen Klarheit, nennt sich das, hinzufügen. Da gehe ich einfach noch mal drauf hier auf die Kategorie Scharf zeichnen und dann gehe ich hier auf diesen Klarheitsfilter drauf. Was der macht, das siehst du jetzt gleich auch. Den wähle ich also einfach nur aus, indem ich da draufgehe. Dann bekomme ich hier unten wieder so eine Bearbeitungsleiste angezeigt, kann da also wieder hier in diese Klarheit, in diese Prozentangabe reingehen, drücke da einfach drauf, halte da drauf gedrückt und dann kann ich jetzt nach rechts fahren, um die Klarheit zu erhöhen oder nach links, ja um die auch niedriger zu machen und dann siehst du auch schon, was diese Klarheit hier bewirkt. Die macht nämlich einfach, ja die zeichnet das Bild scharf, indem sie einfach ja so eine Art, ich sag mal so Kontrast nachschärfen macht und dadurch wird hier diese Kuh oder das Fell von der Kuh hier nochmal deutlich betont, wenn ich da diesen Klarheitsfilter nach oben fahre. Ja, ich mache das jetzt erstmal einfach relativ extrem, damit man auch sieht, was der Filter macht. Finde ich jetzt so insgesamt noch nicht so richtig schön, aber einfach mal, damit du siehst, was der Filter macht. Wenn ich dann fertig bin, kann ich hier natürlich einfach auf Anwenden draufgehen und dann wird der Filter halt in diese Ebene ja eingebrannt sozusagen. Können wir uns auch nochmal angucken, wenn wir gleich in die Ebenen reingehen. Hier berechnet das Ganze nochmal. Und wenn ich jetzt hier in diese Ebene nochmal reingehe, dann siehst du auch, hier ist jetzt kein weiterer Filter hinzugekommen, sondern der ist jetzt wirklich hier in unsere Hintergrundebene ja eingebrannt worden. Das heißt, möchte ich das Ganze jetzt wieder rückgängig machen, kann ich nicht einfach hier eine Ebene auswählen, die ich dann deaktivieren kann oder löschen kann oder nochmal bearbeiten kann, sondern ich muss dann über das Protokoll gehen. Das findet man hier ganz unten, da kann ich draufgehen und dann siehst du hier die ganzen Bearbeitungsschritte, die wir vorgenommen haben. Darüber kann man dann auch immer wieder zurückgehen zu anderen Bearbeitungsschritten. Das heißt, ich kann hier entweder diesen Schieberegler benutzen oder ich kann hier auch die einzelnen Punkte zurückspringen und bin dann so wieder auf meine Ausgangssituation, bevor ich den Filter angewendet habe und kann darüber dann immer wieder zurückgehen. Aber das Ganze ist hierüber halt, finde ich, so ein bisschen, ja, umständlicher und wenn man schon mehrere Schritte gemacht hat, ist das natürlich nicht ganz so komfortabel, wie das bei den Ebenen funktioniert. Daher gibt es zum Glück auch noch eine andere, ja, Filterart, sage ich jetzt einfach mal, nämlich die sogenannten Live-Filter und die funktionieren dann zum Glück genauso, wie die Anpassungsebenen auch, werden also als eigene Ebene wirklich in das Ebenenpanel reingelegt. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt auch einfach mal noch an. Dafür mache ich das hier mal wieder zu und dann werden wir jetzt den gleichen Filter, den wir gerade erstellt haben, einfach mal als Live-Filter erstellen. Ich gehe hier also wieder in die Filter herein und jetzt siehst du hier schon diesen Schieberegler Live-Filter hinzufügen. Und wenn ich den einfach aktiviere, indem ich da draufgehe, dann, ja, werden diese Filter, die hier eben noch waren, umgewandelt quasi, dann sind das keine normalen Filter mehr, sondern diese sogenannten Live-Filter. Und du siehst aber auch schon, was passiert, wenn ich hier diesen Schieberegler ein- und ausmache, nämlich jetzt ist hier der eine Filter verschwunden. Der Nachteil nämlich von dieser Option ist, dass nicht alle Filter, ja, als Live-Filter verfügbar sind, sondern nur so ausgewählte. Hier bei den Scharfzeichnungsfiltern sind es die meisten. Außer der Frequenzen-Trennfilter sind alle hier auch als Live-Filter verfügbar. Bei anderen Kategorien kann das aber schon anders aussehen. Also wenn ich zum Beispiel mal hier in die Farben reingehe und deaktiviere dann nochmal hier diese Auswahl Live-Filter hinzufügen, dann siehst du, sind hier jetzt wirklich sehr, sehr viele Filter auf einmal verschwunden, wenn ich hier diese Live-Filter aktiviere. Also die Filter, die jetzt alle verschwunden sind, sind nicht als Live-Filter verfügbar. Okay, ich gehe aber mal wieder zurück hier in das Scharfzeichnen, in die Scharfzeichnungskategorie rein und wähle dann wieder Live-Filter hinzufügen aus und wähle dann wieder hier diesen Klarheitsfilter aus. Dann sieht das Ganze wieder, ja, ich sag mal, relativ genauso aus wie eben, aber doch ein bisschen anders, weil ich jetzt halt eine eigene Ebenenart habe. Das heißt, da habe ich noch so ein paar mehr Optionen. Trotzdem kann ich jetzt einfach wieder in die Klarheit hereingehen und dann funktioniert das Ganze genauso wie eben auch. Ich kann also hier Klarheit einfach hinzufügen oder auch subtrahieren und das Ganze so ein bisschen verwaschener machen dadurch und ja, erhöhe das Ganze jetzt einfach mal. Und der Vorteil ist jetzt halt wirklich, wenn ich das Ganze jetzt einfach mal schließe, die Filter, und gehe dann hier wieder in das Ebenenpanel herein, dann siehst du, habe ich jetzt hier einen zusätzlichen Filter, der hat sich jetzt als Unterebene unter unsere Hintergrundebene geschoben, weil ich die eben ausgewählt hatte, kann aber hier diesen Filter jetzt auch packen, kann den zum Beispiel einfach hier drüber legen, wenn der auf mehrere Ebenen zum Beispiel angewendet werden soll. Ist jetzt in jedem Fall natürlich egal, aber habe dadurch halt wirklich immer die Option, dass ich den Filter einfach wieder deaktivieren kann, wieder aktivieren kann und kann auch einfach wieder in die Bearbeitung des Filters hereingehen, indem ich einfach hier auf dieses Symbol draufgehe. Okay, schauen wir noch mal kurz, was wir hier sonst noch für Filter auf hier das Bild anwenden wollen. Ich würde jetzt noch versuchen, hier den Hintergrund um die Kuh herum vielleicht so ein bisschen dunkler zu machen. Man könnte dafür zum Beispiel jetzt eine Vignette benutzen, die findet man hier bei den Farben, da kann ich also eine Vignette auswählen. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ich möchte jetzt aber hier diesen Ausleuchtungsfilter benutzen. Der ist jetzt nicht unbedingt für hier diese Situation gedacht, aber eignet sich jetzt, finde ich, doch eigentlich relativ gut, oder eignet sich generell eigentlich, finde ich auch relativ gut, wenn man einfach nur das Bild so ein bisschen, oder die Ränder vom Bild so ein bisschen dunkler machen möchte, oder ein bestimmtes Objekt im Bild betonen möchte. Jetzt sieht man hier noch keinen Effekt, der hier darauf angewendet wird. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir bei dem Ebenenpanel den Filter nicht an der richtigen Stelle haben. Genau, wenn wir hier reingucken, sieht man, der Filterausleuchtung oder Livefilterausleuchtung, der ist jetzt als Unterebene auf die Klarheit runtergegangen, und da macht er natürlich nichts, weil der dann nur die Klarheit den Filter an sich beeinflussen würde. Das soll er natürlich nicht. Das heißt, ich nehme den Ausleuchtungsfilter, halte den gedrückt und ziehe den einfach hier drüber, dass die als eigene Ebene hier drüber liegt, und dann sieht man auch, was der Filter macht. Dann kann ich den Filter jetzt also auch bearbeiten. Da kann ich jetzt einfach, ja, als wenn ich so eine Lampe in der Hand hätte, kann ich die jetzt einfach hier in unser Bild oder in unser Objekt hier platzieren und dann künstlich so Licht hier erzeugen. Ich zoome mal etwas aus dem Bild heraus, dann kann man den so ein bisschen besser kontrollieren. Wenn wir einfach mal vergleichen, so sah das Ganze vorher aus, und so sieht das Ganze mit dem Filter aus. Natürlich etwas künstlicher, aber man hat dadurch einfach nochmal die Kuh etwas mehr betont, und wenn ich jetzt sage, das Ganze ist mir aber etwas zu viel, könnte ich auch hier mit der Deckkraft einfach nach unten gehen. Ich kann das Ganze aber auch anders machen. Das ist nämlich auch der große Vorteil, dass wir das Ganze hier als Ebene drin haben. Wir können die ganzen einzelnen Ebenen, die wir hier haben, auch immer wieder die Deckkraft von denen variieren, indem ich einfach einen Filter auswähle. Also ich gehe wieder in den Ausleuchtungsfilter herein und gehe jetzt aber mal nicht über die Deckkraft hier unten, sondern gehe über die drei Punkte hier, und dann kann ich hier auch die Deckkraft reduzieren. Und das kann ich mit jeder Ebene machen und kann dann so sagen, ja, der Filter soll jetzt nicht ganz so extrem sein. Du siehst schon, wenn ich da einfach nur so ein bisschen mache, vielleicht 50 Prozent ungefähr, dann kann ich einfach ja so ein bisschen mehr Licht in die Bildmitte machen und das Licht so ein bisschen von oben kommend da reinscheinen lassen. Und das Ganze sieht aber nicht ganz so künstlich aus, wie wenn ich den mit 100 Prozent hier drin hätte. Und wenn wir jetzt einfach nochmal zurückgehen und den nochmal deaktivieren und aktivieren, sieht das Ganze, finde ich, mit diesem Filter aber doch etwas besser aus. Okay, legen wir mal noch zusätzlich einfach eine Vignette hier rein, um das Ganze noch etwas dunkler zu machen. Dann schieben die auch wieder an die richtige Stelle, dass sie als eigene Ebene hier drüber liegt. Und dann können wir hiermit jetzt auch nochmal die Belichtung hier einfach so ein bisschen runterfahren und dann wird hier auch einfach so eine leichte Vignette in das Bild nochmal hinzugefügt. Da kann ich nochmal die Größe der Vignette verändern und hier könnte ich auch nochmal die Form etwas variieren. Und wenn ich dann nochmal vergleiche, vorher und nachher, habe ich die Bildränder so nochmal etwas abgedunkelt. Zu guter Letzt möchte ich dir noch eine weitere coole Eigenschaft der Live-Filter zeigen, beziehungsweise der Ebenen auch allgemein. Jetzt möchte ich nämlich einen Live-Filter erstellen, der nur auf ausgewählte Bereiche im Bild angewendet wird und dafür werde ich die sogenannten Maskierungen benutzen. Und hier an dieser Stelle habe ich mich jetzt einfach mal dazu entschlossen, hier einen kleinen Schnitt zu machen, weil das Video doch schon relativ lang geworden ist und auch der nächste Schritt mit den Maskierungen noch ein bisschen Zeit benötigt. Deswegen, ja, geht es da einfach in dem nächsten Video dann weiter. Falls das Video schon online ist, ist das natürlich hier unten einfach wieder verlinkt. Oder ansonsten kannst du natürlich auch einfach gerne hier diesen Kanal abonnieren, um kein Video darüber zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.